So YouTube, da bin ich schon mal wieder. Zumindest bei YouTube bin ich schon mal wieder. Das ist so nervig ey. Dritte Mal, innerhalb von nicht mal einer Stunde ey. Dritte Mal, nicht mal eine verfickte Stunde gespielt, Alter. Und dreimal kack dieses Fick-Internet ab. Ach, das ist so nervig. Das hatte ich ja noch nie gehabt, dass das so oft abstört ist ey. Mhh, kotzt mich das an. Meine Güte, ne. Es ist unfassbar. Unfassbar, wirklich. Unfassbar. Ja, da bin ich wieder. Ich geh gleich drauf ein. Auf die Sache, was du geschrieben hast. Es ist so nervig, dreimal Battle. Dreimal, Alter, in nicht mal einer Stunde diese Kacke hier abgeschmiert ey. Ohne erkennlichen Grund ey. Vor allem geht's danach denn wieder, ne. Mann. Ey, falls der noch mal abschmiert, dann dauert es ein paar Minuten länger. Äh. Dann mach ich den Router mal neu. Ey, das ist das Internet, das ist immer aus. Manchmal ist das ganze Internet aus, manchmal nicht. Manchmal ist das halbe Internet aus. Der überträgt nicht mehr, OBS überträgt er nicht mehr. Dann zeigt er rot an. Also wenn das nochmal passieren sollte, ne. Dann werde ich, äh. Ein paar Minuten länger. Dauert es dann. Natürlich mit Kabel. Natürlich mit Kabel. Aber ich habe diese Probleme schon ewig. Manchmal ist es in vier Wochen Ruhe. Und dann hast du vier Wochen wieder nur Probleme. Aber ich bin gefühlt der Einzige hier im Dorf, der diese Probleme hat. Gut, der Zen streamt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht am PC liegen könnte aktuell. Weil der PC ja aktuell nicht so der, äh, äh, in bester Laune ist, ne. Der wird ja jetzt bald gemacht, ja. Ja, mach mal Dampf bei deinem Amster. Ich habe da schon angerufen. Da haben sie gesagt, ja, wir haben hier ein paar Probleme. Sieben. Sieben Tick. Sieben Tickets habe ich mir schon geben lassen. Und es kam immer noch kein Techniker raus. Und jetzt habe ich letzte oder vorletzte Woche angerufen. Da hieß es, nö, wir sehen keine Probleme. So. Was will ich hier? Achso. Die Affen, die. Die. So. Dann machen wir uns nochmal einmal. Na komm, wir machen ruhig zweimal. Wir machen, ja, ich nicht. Warte. Wir machen einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Kann nicht sein. Wirklich nicht. Kann einfach nicht sein. Nee, aber ich habe mir schon mit Absicht kein Mainboard geholt mit WLAN, weil ich hätte WLAN-Modul mitnehmen können. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mit Kabel zu gehen, dann gehst du mit Kabel da ran. Das ist ja ganz klar. Und eigentlich sollte ich ja auch 1.000 MB haben, ne? Mbits. Nichts ist. Ich habe nicht mal 100 Mbits. Naja. Aber um mal auf deine Sache zurückzukommen. Alles Weitere muss ich mit Ihnen klären. Alles Weitere muss ich mit Ihnen klären. Das mache ich. Aber ich wollte ja jetzt eigentlich zum Februar anfangen damit. Jetzt warten wir noch mal ruhig ein bisschen ab. Würde ich sagen. Bis das alles hier geklärt ist finanziell. Weil ich ja noch auf Geld warte von vor drei Monaten. Aber das sollte sich jetzt definitiv in den nächsten 7-10 Tagen klären. Alter. Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Wirklich. Geh mir nicht auf den Sack. Ich komme raus und du gehst mir auf den Sack oder was? Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Müsst ihr echt aufpassen, ne? Die können echt schnell sterben hier. So. Ja. Aber so die nächsten 7-10 Tage sollte sich das definitiv gelegt haben. Und dann geben wir das definitiv an. Und dann gehen wir noch mal in den Discord rein. Und dann buche ich das irgendwie, ne? Glaube ich. So. Genau, genau. So. Treppen. Nein. Die hätte ich mir jetzt auch sparen können, ne? Alter! Hör auf mit dem Scheiß, Junge! Diese Maus! Oh, was ist denn los heute? So. Aufpassen, mein Herz. Neta! Nicht heute! Es wird das gegebenenfalls sogar ein normales Programm aufnehmen. Ja, hat er ja gesagt, wo wir darüber gesprochen hatten, ne? Dass er das vielleicht vorhatte. Klar, vielleicht findet man den einen oder anderen, der auch Bock drauf hat, ne? Und sowas machen will. So, haben wir hier einen schicken Abgang? Naja, schick ist was anderes, aber wir haben Abgang. Wie morgens auf dem Pott. Ja! Manet... So, mein Trecker rumpelt. So. Alles klar. Wir gucken mal. Hier ist hier irgendwie was. Zack tot! Der mach ich... ...den alt F4. Den alt F4... Zack... Bup! Aus. aus dem aus wirklich den ist auch bei mir vorbei so hier machen wir mal eine facke ja wer rülpst denn da dankeschön für deine 200 pittys er hat das zielvoll gemacht so fertig dankeschön vielen vielen lieben dank green screen is in coming thank you very much oha oha und das ist tatsächlich sehr gut das ist es im januar aber gut ich meine ich werde jetzt nicht von ausgegangen dass man das in januar vollkriegt schon aber es ist sehr gut dass es jetzt im januar fertig ist weil dann kann ich das nämlich für die einnahmen mit ausgaben verrechnen für januar noch der muss ich nur aber definitiv heute noch oder spätestens morgen bestellen gleich wenn die sowas überhaupt anrechnen wenn ich das wäre ja ein witz den gibt es auf die fresse und das passt sich ja dann ganz gut wenn ich jetzt den pc dann wieder neu aufsetzen den green screen einrichten und so ist auch einer den man an der decke knallen kann dann der wird an der decke gemacht und zum runterziehen wollte erst einen elektrisch aber da bist du 300 tacken los das muss ja nicht sein hab da noch was bestellt für dich mal gucken ob das vor dem wochen noch kommt wird mein geburtstag ist schon vorbei oder milans geburtstag ist schon vorbei also du meinst jetzt allgemein das besteht oder über die liste allgemein ich weiß gar nicht was ich jetzt allgemein oha oha aber was habe ich denn tolles getan ich weiß gar nicht was ich als nächstes in die liste aufnehmen das sind einige sachen die ich da noch irgendwie mehr in den kopf schweben und ich will jetzt klar wir hatten jetzt dieses dings auch gehabt wird vielleicht auch noch mal kommen dass da irgendwie was ist mit keine ahnung wie viel waren es letztes mal 18.000 wird auch noch mal kommen bestimmt aber im prinzip ist es ja egal was das steht es ist ja einfach nur damit man weiß okay was holt er sich davon aber jetzt lassen wir es erst mal ein paar tage wieder raus und dann kommt irgendwann wieder neues ziel rein eben afg alles klar macht das mal schauen mal schauen mal was kleines rein machen wieder dann sag mal vaneta was ist denn los was bist du denn da ewig am rumlachen so hör auf hör auf junge ich sag's dir wenn ich hier oben sterbe dann ist vaneta schuld warum einfach nur so da war junge hier hinten bin ich doch kommt kommt um na du hackfresse da unten ist auch was ich will jetzt auch nicht gleich sagen oh das ist mir ein bisschen zu riskant ich will jetzt auch nicht wieder sagen kommen lassen war wir brauchen ja alles wir sind ja auf alles angewiesen hier jetzt was das angeht dreimal hintereinander oder was ja das ist super das hat ja auch super geklappt jetzt kommt sogar noch einer mit der zunge und nach dem mode ich will mal ein bisschen abwechslung reinbringen ja komm dann machen wir die hier weg vielleicht finden wir noch was zufällig so jemand ganz schnell zack 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 ist eingeschlafen oder weit da hinten würde ich ungern hin da sind wir jetzt mal nämlich gestorben das lassen war das lassen wir auch wenn es jemand sehen will was ja bitte wo ist denn da unten wo ist denn da unten na ma geht's dir gut vanita muss ich mir sorgen machen du klappspaten wirklich man scheint ja gegebenenfalls man weiß es nicht man munkelt noch ist hier unten unser ja gut dann geht es hier weiter la 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 oh äh was oh da ist ja nur ne Dingsbreite uiuiui da müssen wir nochmal ran an den Fuchs so la 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 mach das lieber so ne ich will mich da jetzt nicht irgendwie dran hängen oder warte ich könnte es ja so machen dass man sich hier an die Kante so ein bisschen hängt wir hören es hier wenn es mir angreift und hier ist jetzt nicht nur Lava unter uns das geht ja noch nein ich habe kein Wasser einmal mit aus Prinzip wow das war knapp das war knapp da habe ich kurz die Kontrolle verloren über mein Leben kann sie nicht so zu sagen hier was mit der Vanita los ist ich glaube die Gas geschnüffelt oder so 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 nicht schauen wir mal hier ist nichts ob wir da mal kurz runter gehen könnte man machen oder das ist nicht wir gehen erstmal geradeaus weiter das ist nicht so 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 das ist nicht so